Ich bin Marco und leite in Ulm den Entwicklungsbereich SIGINT Engineering. Im Bereich SIGINT Engineering entwickeln wir luftgestützte Aufklärungssysteme. Diese Systeme erfassen vorrangig Kommunikations- und Radarsignale, wie sie zum Beispiel von feindlichen Verbänden abgestrahlt werden. Die Informationen, die diese Systeme gewinnen, sind von entscheidender Bedeutung für militärische Entscheidungsträger und tragen so zum Schutz eigener Soldaten und unserer Verbündeten bei. Bei Hinsold stehen unsere Pioniere im Vordergrund. Die verbinden eine gemeinsame Leidenschaft, wirklich Außergewöhnliches zu schaffen und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. In Ulm arbeiten unsere Pioniere am größten Standard. Die profitieren dort von einer ganzen Reihe an Angeboten, unter anderem einer Kaffeebar, einem Fitnessstudio oder einem eigenen Parkhaus. Mein Antrieb ist, dass wir dem Kunden eine gute Software liefern und dass ich dabei einen wichtigen Beitrag leisten kann. Ich komme eigentlich jeden Tag gut gelaunt zur Arbeit, weil ich weiß, mich erwartet ein spannender und abwechslungsreicher Tag mit den Kollegen zusammen. Besonders gefällt mir dabei meine persönlichen Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten. In unserem Entwicklungsbereich suchen wir neben einigen Spezialdisziplinen vorrangig Systemingenieure mit Kenntnissen im Requirements Management und Softwareingenieure mit gutem Background in Programmiersprachen wie Java oder C++. Bei uns erwartet jedes Teammitglied spannende und herausfordernde Aufgaben in einem technologisch sehr anspruchsvollen Umfeld. Also jeder, der gerne anpackt und gestanden will, ist bei uns genau richtig. Das Besondere an dem Projekt ist, dass es sich dabei um die Entwicklung eines Gesamtsystems handelt, womit einige Aufgaben und Herausforderungen einhergehen. Und bei so einem Großprojekt von Anfang an mit dabei zu sein, ist für mich eine ganz besondere Motivation. Ja, im Team gibt es eine gute Mischung aus Leuten aus allen möglichen Altersgruppen. Dadurch, dass wir sehr eng und vertrauensvoll miteinander arbeiten und aber auch privat gemeinsame Unternehmungen machen, verbindet uns neben der Arbeit auch Freundschaft. Und das erleichtert es, erheblich gemeinsam effektiv zu arbeiten. Ja, Hensold verbindet für mich alle Vorteile von einer guten Bezahlung, einem sicheren Arbeitsplatz und einer familiären Atmosphäre, die man halt sonst nur von eher kleineren Betrieben erkennt. Wenn du deine Begeisterung teilen möchtest und andere mitreißen willst, dann bewirb dich jetzt und mach zusammen mit uns die Welt von morgen sicherer.